Ich freue mich, dass ich zu dir in Deutschland gehe und bei dir zu Hause bleibe. Es ist 19.06 Uhr und ich finde das total klasse, dass wir jetzt losgehen, ich bin voll aufgeregt. Ich freue mich, dass wir jetzt losgehen. Ich freue mich, dass wir jetzt losgehen, ich bin voll aufgeregt. Ich freue mich, dass wir jetzt losgehen, ich bin voll aufgeregt. Der ist auf Kalkstein gebaut und dieser Kalkstein geht durch den sauren Regen, den wir hier in Deutschland haben. Der geht halt kaputt, man muss ihn jetzt immer weiter renovieren. Hier spricht der Pfister. Er sagt, was wir machen bei unserer Religion. Und da sitzt er sich, total richtig. Das ist eigentlich der Grund von dem Fluss. Deswegen ist das hier so wellig abgeschliffen. Und das Sand ist noch da? Der Sand ist auch noch da. Das hier ist ein Brennnessel. Wegen dieser blöden Pflanze habe ich mich gebrannt. Da, die tut sehr weh. Passt auf, also. Nie mal diese Pflanze brennen. Yeah. Fertig. Fertig.